Heute Nacht, Montag. Beide schliefen tief und fest in ihren eigenen Zimmern am Ende des Flurs. Matt und Lynn lagen auf dem Rücken, gestützt auf ihre Kissen, und belegten die gegenüberliegenden Enden des Bettes. Während sie einen Bericht über Marketing überarbeitete, lass er eine Geschichte des Bürgerkriegs. Matt legte sein Buch weg, beugte sich vor und sah seine Frau an, wobei er einen kleinen Seufzer ausstieß. Er hatte eine Schwäche dafür, wie sie, wenn sie sich konzentrierte, ihre Zunge ein wenig hinter ihrer Lippe hervortreten ließ. Während sie sich achtlos eine Strähne ihres dunklen Haares hinter ein Ohr strich, hielt sie ihren Stift über das Papier. Linie. MMM, antwortete sie, den Blick immer noch auf den Boden gerichtet. Matt wartete geduldig, bis sie sich ihm zubannte. Liebst du ihn? Lynn wurde etwas blass und still. Schweigend begegnete sie seinen Blick. Der Gedanke, das Spiel mitzuspielen, zu fragen, wer, oder eine absurde Lüge zu erfinden, war zu viel für sie. Matt hätte mehr als das bekommen müssen. Nein, antwortete sie. Es geht also nur um Sex. Sie versuchte, Mads Blick festzuhalten, als sie begann. Matt, ich, sagte sie. Zuvor warf sie einen Blick auf die Dokumente, die auf ihrem Schoß lagen. Ja, ich denke, es ging um den Sex. Das Flirten, und dann der Sex. Ich verstehe, antwortete er. Völlige Stille. Ich glaube, es wäre bequemer für sie, sich im Gästezimmer auszuruhen, erklärte er und behielt seine ruhige Haltung bei. Nach einem dezenten Nicken schlückte sie in ihre Pantoffeln und kletterte aus dem Bett. Sie schwang ihren Arm um den Stuhl, um ihren Morgenmantel zu holen. Es sei denn, du hast mit ihm in diesem Bett geschlafen. Wenn das der Fall ist, werde ich nie wieder darin schlafen. Das habe ich nicht getan, antwortete sie mit Nachdruck. Sie überlegte, ob sie hinzufügen sollte, wie kommst du darauf, dass ich so etwas tun würde, entschied aber, dass das angesichts der Umstände albern wäre. Matt brachte sich selbst zum Schweigen, als er seinen Kopf auf das Kissen sinken ließ und ihr den Rücken zuwandte. Dann schaltete er die Lampe auf seinem Nachttisch aus. Lynn starrte ihn einen Moment lang mit schmerzverzerrtem Gesicht an. Dann verließ sie schweigend das Zimmer und schloss die Tür fest hinter sich. Der vergangene Freitagabend. Köstliche Düfte zogen durch das Haus, sobald Matt einen Fuß hineinsetzte. Nachdem er seinen Mantel aufgehängt hatte, kam Lynn aus der Küche, um ihn grenzend zu begrüßen, aber sie war zu feige, um ihm zu nahe zu kommen. Sie trug die Schürze, die sie immer trägt, wenn ihre Gäste zu Besuch sind, eine wunderschöne Schürze. Ich wollte sicher gehen, dass wir heute Abend etwas Gutes essen, da Beth und Jason bei den Frankes zu Abend essen, fügte sie hinzu, wobei ihr Lächeln schwächer wurde, als sie ihren Plan beschrieb. Matt warf einen kurzen Blick in die Küche. Der Tisch war mit der besten Tischdecke, den besten Porzellan und den besten Weingläsern für ein formelles Abendessen vorbereitet. Kerzen und Baumwoll-Servietten auf silbernen Ringen waren vorhanden. Mit einem Nicken gab Matt das Signal. Es riecht gut. Ich gehe mich kurz frisch machen und komme in ein paar Minuten nach. Als er zurückkam, war Lynn gerade damit fertig, die Lebensmittel einzubringen. Als Beilagen bot sie ihnen unter anderem grüne Bohnen, Julien-Kartoffeln und Brathähnchen an. Daneben stand in einer hübschen Schale ein köstlicher Salat mit Orangenscheiben. Lynn begrüßte ihren Mann mit einem fröhlichen Lächeln, als sie sich setzten, aber ihr Gesichtsausdruck verrieb die Anspannung in ihrem Gesicht. Das ist wirklich schön, bemerkte Matt. Langsam richtete er sich auf und stieg auf seinen Stuhl, so dass er den Tisch überragte. Lynn sah erst verwundert und dann ängstlich zu, wie er seine Hose öffnete, seinen Schwanz herauszog und sanft und langsam über den ganzen Tisch pinkelte. Er schüttete Soße über das Hühnchen, die Beilagen, die Salatschüssel und die Weingläser, die gerade gefüllt worden waren. Sowohl ihre Teller als auch das Tischtuch waren von seiner Pisse durchnässt. Die Worte, Matt, was, kamen fast unkontrolliert aus LYNN's Mund. Sie war so schockiert und entsetzt, dass sich ihre Augen weiteten. Matt rappelte sich wieder auf und stand vom Stuhl auf. Er richtete seinen intensiven Blick auf Lynn. Ich dachte, es würde dich vielleicht interessieren, wie es ist, wenn jemand etwas kritisiert, das dir wichtig ist, etwas, in das du viel Zeit, Liebe und Mühe investiert hast. Ich dachte, es könnte eine augenöffnende Erfahrung sein. Lynn starrte ihren Mann an und blieb ganz ruhig, während ihr die Tränen über die Wangen liefen. Matt holte seinen Mantel aus dem Schrank und verließ die Wohnung. Am späten Nachmittag an einem Sonntag. Ich habe um einen Wechsel gebeten, verkündete sie. Oh? Morgen in einer Woche werde ich in die Abteilung für Haushaltsmarketing versetzt. Ich wollte, dass es so schnell wie möglich geht. Ich werde in dem Gebäude in der Union Street sein, weg von, weg von meinem jetzigen Arbeitsplatz. Und warum haben sie diese Versetzung beantragt? Ich dachte, sie mögen die internationale Abteilung. Ich werde also nicht mehr in der Nähe von, von Douglas sein. Ich werde nicht mehr in demselben Büro sein. Er hielt mit dem Laubhaken inne und richtete seinen Blick auf sie, die in ihrem leuchtenden Herbstpulli dicht daneben stand. Und das ist mir wichtig, warum? Ihr Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Verärgerung und Schmerz. Weil ich mich nicht mehr mit ihm treffen werde, das ist alles. Ich wollte, dass du das weißt. Mit einer plötzlichen Wendung nahm sie das Haken wieder auf. Lynn, du hast mir bereits gesagt, dass es vorbei ist. Ich nehme dich doch sicher beim Wort und vertraue dir voll und ganz. Fällt dir ein Grund ein, warum ich das nicht tun sollte? Verdammt, Matt, glaubst du wirklich, dein Sarkasmus ist hilfreich, jammerte sie, bevor sie leicht mit dem Fuß aufstampfte. Glaubst du wirklich, dass ein Umzug von diesem Büro weg die Sache irgendwie verbessern wird? Als ob es keine Motels, Mittagspausen, Frühstückstreffen oder Kundenbesprechungen gäbe, die anderswo stattfinden könnten? Und außerdem ist es ja nicht so, als gäbe es keine anderen Männer, die mehr als glücklich wären, mit dir Sex zu haben. Trotz der aufsteigenden Wut in seiner Stimme hakte Matt weiter die Blätter zu ordentlichen Haufen und lich ihrem Blick aus. Matt flüsterte sie mit einem Hauch von Traurigkeit, welche anderen Möglichkeiten habe ich denn? Ich gebe mir alle erdenkliche Mühe, in jeder Hinsicht, die mir bekannt ist. Sie begann zu schluchzen, während sie sprach, um dir zu zeigen, wie leid es mir tut, um es irgendwie wieder gut zu machen. Und du glaubst, es gibt einen Weg, wie du es wieder gut machen kannst, eine magische Formel, die richtigen Worte oder Handlungen oder Gästen, fragte er und wandte seine Aufmerksamkeit wieder ihr zu. Am Ende wird alles vorbei sein? Sei realistisch, Lynn. Du lebst in einer Traumwelt. Er lenkte seine Aufmerksamkeit wieder auf seine Hake. Heute Abend, Montag. Als Lynn dem Geräusch kleiner Füße lauschte, die sich ihren Weg durch den Flur bahnten, tauchte der Kopf einer müde und verwirrt aussehenden Beth in der Türöffnung auf. Mami? Warum wischst du den Boden? Obwohl sie schon fast sechs Jahre alt war, lispelte sie immer noch leicht, besonders wenn sie erschöpft war. Hattest du einen schlechten Traum? Ich bin wegen der Arbeit lange aufgeblieben, Schatz. Du wirst mich nicht hören, wenn ich hier bleibe. Lynn sprang von ihrem Bett auf und ruck Beth hoch, als diese ernst nickte. Komm, schlaf mit mir, Beth, Betty, du und Bitbär. Sie legte sich neben ihre Tochter und ihren Teddybär und kuschelte sie unter die Decke. Innerhalb von fünf Minuten war Beth wieder im Tiefschlaf und Lynn hob sie und den großen Bär sanft hoch und trug sie zurück zu Bitsbett. Als sie sich umdrehte, um ins Gästezimmer zurückzukehren, änderte sich ihr Plan und sie ging direkt ins Elternschlafzimmer, wo die Tür leicht angelehnt war und das Licht schwach brannte. Lynn erstarrte und rang nach Worten, als sie von einem ominösen Geräusch unterbrochen wurde. Aufmerksam lauschte Lynn, bis sie etwas hörte, das wie ein leises Schluchzen von Matt klang, wahrscheinlich in sein Kissen. Nachdem sie sich kurz abgewandt hatte, machte sie sich auf den Weg zurück in den Flur zum Gästezimmer. Am Morgen des Mittwochs. Seine Sekretärin Bernis merkte, dass etwas nicht stimmte, aber sie hatte schon geahnt, dass er nicht darüber reden wollte, also hörte sie auf zu fragen und lächelte ihm stattdessen verständnisvoll zu, wenn er sich hinsetzen und auf seine Arbeit konzentrieren musste, auch wenn seine Gedanken immer noch an schmerzhafte Orte wanderten, wenn auch weniger häufig und für kürzere Zeiträume. Zehn Minuten nach Ablauf der halben Stunde erhob er sich von seinem Platz, ging zu seiner Tür und schloss sie. Anschließend holte er ein Wörterbuch aus dem Regal und legte es auf den Schreibtisch zurück. Als er den richtigen Begriff gefunden hatte, lasse er dessen Definition laut vor, Hanrei, ein Mann mit einer untreuen Frau. Er lehnte sich zurück und sagte, ich bin ein Gehörnter. Der Satz kam ihm seltsam vor, als er ihn aussprach. Mein Vertrauen ist missbraucht worden. Sie war mein Gehörnter. Nachdem er eine Zeit lang ins Leere gestarrt hatte, seufzte er, legte das Wörterbuch beiseite und widmete sich wieder seiner Arbeit. An einem Samstagnachmittag. Lin, was glaubst du denn, was ich tun würde? Lin saß in Alines Küche mit zwei Kaffeetassen zwischen ihnen und schwieg, während ihre Freundin Aline weiterredete. Bist du überrascht, dass Matt wütend und verletzt ist, weil du hinter seinem Rücken mit einem anderen Kerl Sex hattest, fragte Aline mit einem Hauch von Unmut in der Stimme an Lin gewandt. Lin beharrte weiter auf ihrem Standpunkt. Das überrascht mich nicht, Aline. Hat er eine Ahnung, wie lange es gedauert hat? Ich bin völlig verwirrt, sagte Lin und schüttelte den Kopf. Er hat es herausgefunden, aber wann oder wie? Ich habe keine Ahnung. Seine Weigerung zu. Niemand hat es bisher angesprochen. Könnte es sein, dass er seine Meinung ändert, wenn ich ihm sage, dass es nur ein paar Mal war? Lin schmollte und sagte, für mich nicht. Dann erklärte sie weiter, ich meine, wenn es anders herum wäre. Hätte er sich auf eine Affäre mit einer anderen Frau eingelassen. Ich wäre immer noch schwer verletzt, egal wie oft es passiert. Denken Sie also nicht, dass ich überrascht bin. Das bin ich nicht, kein bisschen. Ich weiß nur nicht, was ich tun soll. Ich kann ihn nicht erreichen, und ich weiß nicht, was ich tun soll. Aline beobachtete sie in stiller Konzentration, während sie den Kopf senkte und ihren Kaffee löffelte. Am vergangenen Mittwoch, drei Wochen später, am Nachmittag. Matt antwortete fest, nein, bevor er hinzufügte, nein, ich will nicht, dass sie mir davon erzählt. Dann sprach er sehr leise. Die Therapeutin nahm dies mit einem etwas finsteren Blick zur Kenntnis. Sie trug einen braunen Kottpullover und kurzes, fast beacklerartig geschnittenes, dunkles Haar. Ihr Name war Isobel Harschmann. Meinen Sie nicht, dass es Ihnen beiden helfen würde? Wenn du wüsstest, warum Lin getan hat, was sie getan hat? Anstatt seine Frau, die neben ihm saß, anzusehen, richtete Matt seinen Blick wieder auf sie. Es könnte für Lin therapeutisch sein, endlich alles auszusprechen, aber ich wüsste nicht, wie es mir im geringsten helfen würde. Um ehrlich zu sein, Dr. Harschmann, scheint es mir, als hätte ich schon genug Schmerzen. Nach einigem Zögern meldete sich Lin zu Wort und erklärte, ich dachte, wenn ich Ihnen davon erzähle, davon, wie es passiert ist und warum, könnte es vielleicht. Sind Sie, vielleicht erkennen Sie, dass es unmöglich ist und dass ich völlig unfähig bin, dieses Verhalten zu wiederholen. Matt sah sie an und fragte, glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass du mir irgendetwas sagen kannst, das mein Vertrauen in dich wiederherstellt, Lin? Dass mir das Gefühl geben würde, dass ich mir nicht für den Rest meines Lebens Sorgen um dich machen und mich fragen müsste, wann du das nächste Mal mit einem anderen Mann ins Bett springst? Sie blickte auf ihren Schoß hinunter und Lin wurde rot. Sie sprach leise und sagte, nein, Matt. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was ich sagen könnte, was das bewirken würde. Nach zwei Monaten an einem Donnerstagabend. Als sie über den Tisch hinweg seine Hand drückte, grinste sie breit und rief aus, oh, Matt, es ist einfach so schön hier. Mit Blick auf die Karibik saßen sie an einem Tisch auf der Veranda. Der Himmel war noch vom feuerroten Licht des Sonnenuntergangs gefärbt und die Luft war unglaublich warm. Auf dem Tisch in der Mitte der beiden stand ein Krug Sangria, daneben eine Platte mit gegrillten Krabben. Er antwortete mit einem Lächeln, dass sich von dem ihren Leichtunterschied erschien ein wenig gestresst zu sein, vielleicht um die Augen herum. Es ist schön, nicht wahr? fragte sie. Nach einer kurzen Zeit, in der er ihren Druck erwiderte, nahm er seine Gabel und spießte eine weitere Garnele auf. Lin wusste, dass es ihm schwer fiel, ihren Blick länger als ein paar Sekunden am Stück aufrecht zu erhalten, aber sie sagte trotzdem, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir nach unten zu kommen. Eine Stunde später knutschten sie bereits in ihrem Zimmer. Mit Kissen unter ihrem Bauch lag Lin auf Händen und Knien auf dem Bett und Matt stand hinter ihr. Danach legten sie sich zusammen hin, Matt auf dem Rücken, die Arme vor der Brust verschränkt, und Lynn schmiegte sich an ihn. Um sich zu beruhigen, flüsterte sie, das war wunderbar, Baby, und Matt griff nach unten, um ihr sanft den Rücken zu massieren. Es scheint, als ob du mich in letzter Zeit jedes Mal, wenn wir miteinander schlafen, von hinten nimmst, fügte sie kichernd hinzu, nachdem sie anscheinend kurz vor dem Einschlafen war. Dann hob sie ihren Kopf und sah ihn an. Mit einem spielerischen Tonfall fragte sie, machst du mich zu deinem? Matt blickte sie an, und auf seiner Stirn bildete sich eine kleine Forche. Ein tiefer Seufzer entkam ihm. Wenn wir es in der Missionarstellung tun, dann. Sein Blick wandte sich ab. Ich beobachte dein Gesicht, deine Mimik, und ich kann nicht aufhören, dich mit ihm zu sehen. Ich stelle mir vor, wie du zu ihm aufsiehst, auf dieselbe Weise. Matt schnitt das letzte Wort ab. Ihre Bewegungslosigkeit ließ Lynn einen Schauer über den Rücken laufen. Nach ein paar Minuten stand Matt auf, zog sich Shorts und ein T-Shirt an, zog seine Sandalen an und verließ den Raum. An einem Samstagabend, sieben Wochen später. Die Nähe zu den Bücherregalen auf beiden Seiten des Raumes ermöglichte es ihnen, die meiste Zeit in relativer Stille zu arbeiten. Während Matt sich um die Buchhaltung kümmerte, ging Lynn ihre CDs durch. Er erkundigte sich, soll ich die Dickens Romane liegen lassen? Ich habe sie alle gelesen. Wie du willst, nimm sie mit, wenn du willst. Ich werde sie nie lesen. Nachdem sie Matt's CDs auf einen kleinen Stapel neben sich gelegt hatte, nahm sie einen neuen Stapel CDs heraus. Danach drehte sie sich zu ihm um. Sie sah seine makellosen und exakten Bewegungen, als seine Rückenmuskeln unter dem T-Shirt flatterten. Es war ihr nur allzu vertraut und sie musste weinen. Mit leiser Stimme verkündete sie, weißt du was? Ich habe das nie gewollt. Obwohl Matt eine Sekunde lang innehielt, drehte er sich nicht um. Nachdem er eine Antwort unterdrückt hatte, zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück. Sie wussten beide, was er sagen wollte, also hätte er es nicht sagen müssen. Der folgende Sonntag, fünf Wochen später. Beth und Jason ließen ihre Reisetaschen auf dem Boden liegen und riefen, Mami, Mami, als sie aus Matt's Wagen sprangen, den Gibig hinaufliefen und in ihre Umarmung sprangen. Gleichzeitig erzählten sie ihr alle Einzelheiten ihres Zoobesuchs, schwärmten von den Giraffen, ihre Hälse sind so lang, und berichteten, wie ihr Vater Zuckerwatte für sie gekauft hatte. Danach eilten sie an ihr vorbei ins Wohnzimmer und schalteten den Fernseher ein, nachdem sie ihre Begrüßung beendet hatten. Auf dem Weg nach Hause trug Matt lächelnd die Taschen, die die Kinder zurückgelassen hatten. LYN erwiderte das Lächeln. Klingt, als wäre der Zoo ein Hit gewesen. Ich konnte nie sagen, ob sie begeistert oder verängstigt waren. Wir waren ganz nah an den Giraffen dran, sie ragten über die Mauer, direkt über unseren Köpfen. Und sie liebten die Riesenschildkröten. Es war ein guter Tag. Ein oder zwei weitere Minuten lang unterhielten sie sich. LYN informierte mich, willst du auf eine Tasse Kaffee reinkommen? Es steht eine Kanne auf dem Herd. M, nein, nein danke, sagte er und wirkte dabei etwas seltsam. Ich sollte jetzt wirklich gehen. In Ordnung, erwiderte LYN, wobei ihr Lächeln schwächer wurde. Nachdem er gesagt hatte, wir sehen uns am Mittwochabend, ging er zurück zu seinem Wagen. Am Ende der Straße bog der Taurus nach links ab, und sie blieb stehen und beobachtete ihn. Nach vier Monaten, an einem Montagabend. Während LYN das Abendessen vorbereitete, saß Beth am Tisch und malte. Während er sein geliebtes Holzpuzzle zum 500. Mal fertigstellte, streckte sich Jason auf dem Boden aus. Es war ein Clown mit 17 Teilen und einem Regenbogen aus Farben. Die freche Beth fragte ihre Mutter, Mommy, müssen Freunde sich küssen, und starrte erwartungsvoll zu ihr auf. LYN drehte sich um, um ihren Blick zu erwidern. Ich weiß es nicht, Schatz. Was meinst du? Sie runzete die Stirn und sagte, nun, ich küsse nie Artie oder Melissa oder meine Freunde in der Schule. Artie zu küssen wäre eklig. Aber wir haben Deddes Freund getroffen, und sie küssen sich ständig. Jason stand von seinem Puzzle auf und rief, Angela ist so nett. Ich habe es dir gesagt, erklärte er. Stimmt, sie ist sehr nett. Wer ist sie? Sie hat für uns Makaroni mit Käse und Hot Dogs gekocht, sagte Jason, der nach seinem Einwurf kein Interesse mehr an der Diskussion hatte und sich wieder seinem Puzzle widmete. Oh, und wenn wir uns das nächste Mal treffen, schlägt sie vor, dass wir als Essen gehen. Aber sie und Daddy haben sich ständig geküsst, so wie du und Daddy es immer getan habt. Küssen sich Freunde immer? Für einen kurzen Moment schloss Lynn ihre Augen fest. Dann öffnete sie sie wieder und schenkte Beth ein Lächeln. Nun, Schatz, manche Freunde küssen sich und manche nicht, das kommt ganz darauf an. Aber Kinder in deinem Alter küssen ihre Freunde nicht, also musst du das auch nicht. Mit einem Nicken ging Beth zurück zum Malen und sagte, okay. Es sah so aus, als würde sie eine Ente basteln, doch sie hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit einem Stegosaurus. Abendessen, rief Lynn. Geh dir die Hände waschen. Nehmt euch wenigstens je zwei Stücke Brokkoli. Sonst gibt es heute Abend keinen Nachtisch, warnte sie die Kinder, als sie sich auf den Weg zurück zum Tisch machten. Nachdem sie gesehen hatte, wie sie ihre Hamburger mit Ketchup bestrichen und verschlungen hatten, ging sie zurück in ihr Schlafzimmer und schloss die Tür. Sie setzte sich in den Sessel neben dem Bett, vergrub ihr Gesicht in ihren Händen und begann zu weinen.